Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Elektronik. Wir haben das letzte Mal das umsche Gesetz behandelt und beim Abschluss vom umschen Gesetz habe ich euch mal kurz gezeigt, wie so ein Widerstand verbrennt. Dann habe ich was von Leistung erzählt und heute gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Thematik ein. Und zwar reden wir heute nicht nur von Leistung, sondern wir reden heute ganz speziell von Energie und den Energieformen. Was gibt es für Energieformen und was ist dazu zu beachten? Vorne ab gleich das Allerwichtigste, was man überhaupt irgendwie wissen sollte. Und zwar hat irgendwie so 1800 irgendwas, knapp 1850, ein deutscher Wissenschaftler Julius Mayer oder so ähnlich gesagt, dass Energie nicht vernichtet werden kann und Energie nicht irgendwie erzeugt werden kann, sondern dass Energie nur von einer Form in die nächste umgewandelt werden kann. Und das hat dann auch irgendwie ein James Joule oder so ein bisschen genauer ausformuliert. Und irgendwann gab es dann einen sogenannten Energieerhaltungssatz und der Energieerhaltungssatz besagt eben, Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet werden, Energie kann nur von einer Energieform in die nächste Energieform umgewandelt werden. Was bedeutet das für uns und was gibt es überhaupt für Energieformen? Das gucken wir uns jetzt einfach mal in diesem Video an. Was haben wir hier für eine Energieform gehabt? Wir haben hier ein Netzteil, aus dem Netzteil kommt eine Spannung und ein Strom raus. Wir haben also unsere erste Energieform, die elektrische Energie. Elektrische Energie ist eine relativ gemeine Energieform, man kann mit der nicht wirklich viel machen, man kann damit nur Energie übertragen, man kann sie nicht wirklich vernünftig in großen Mengen, dass man was anfangen kann damit, speichern. Jetzt sagt jeder natürlich, naja, Blödsinn, ich habe ja einen Lithium-Ionen-Akku hier in meinem Fiumetrack da drin und der speichert ja diese elektrische Energie, weil sonst würde er ja nicht funktionieren. Naja, leider nicht so wirklich richtig, denn wir haben da eine weitere Energieform, die wir heute kennenlernen und zwar wird beim Akkuladen aus dieser elektrischen Energie eine chemische Energie erzeugt. Wir haben also unsere zweite Energieform für heute, die chemische Energie. Gut, jetzt haben wir eine chemische Energie, wir können quasi in Akku laden, wir können die chemische Energie wieder in elektrische Energie umwandeln, wir können mit dem Strom aus dem Akku rausziehen, das funktioniert auch. Wir haben hier noch eine dritte Energieform, was passiert da gerade mit dem Widerstand? Er hat geraucht, er hat gebrannt. Was wäre passiert, wenn ich mit meinem Finger drauf gefasst hätte? Ich hätte mir mal wieder die Finger verbrannt. Wir haben unsere dritte Energieform, die Wärmeenergie. Wärmeenergie kennen wir, wir haben ein Stück Holz, in diesem Holz ist eine chemische Energie gespeichert, wir verbrennen das Holz, es wird schön warm im Wohnzimmer. Wir haben einen Gaslötkolben, wir haben hinten Gas drin, das Gas hat eine chemische Energie gespeichert, wir verbrennen das Gas und kriegen hier vorne eine Wärmeenergie und können somit zum Beispiel löten. Unsere dritte Energie, Wärmeenergie. Kann man Wärmeenergie in elektrische Energie umwandeln? Ja, geht zum Beispiel mit einem Peltier-Element. Elektrische Energie, chemische Energie, Wärmeenergie. Was habe ich noch mitgebracht? Ich habe jetzt noch, statt des Widerstandes, auch noch einen Ventilator mitgebracht, zum Anschließen an unser Netzteil. Wenn wir jetzt diesen Ventilator einschalten, fängt er sich praktischerweise an zu drehen. Ich kriege hier einen angenehmen, kühlen Luftstrom. Ich wandle also in diesem Fall elektrische Energie in eine weitere Energieform. Wir haben hier bewegte Luft, wir haben also Energie der Bewegung. Relativ einfach, Energie der Bewegung. Ein Auto, das sich bewegt, hat eine Energie, es fährt gegen ein anderes Auto, weil es einen Unfall hat und somit wird das Blech verformt, weil die Energie freigesetzt wird. Andersrum funktioniert es natürlich auch. Ich habe ein Windrad mitten im Feld stehen. Es weht ein Wind. Dieser Wind hat automatisch eine Energie der Bewegung, auch kinetische Energie genannt. Und diese Energie wird dann umgewandelt in elektrische Energie, im Windrad oben drin. Ganz ähnlich zu dieser Bewegungsenergie gibt es eine weitere Energieform, die Energie der Lage. Jedes Objekt, das irgendwo eine Lage hat, hat automatisch eine potenzielle Energie, also ein Höhenpotenzial. Und diese Energie in dieser Höhe kann man natürlich auch nutzen. Ganz klar, wenn man jetzt irgendwie einen Hammer hat und ich mit dem Hammer von oben runter lasse den Hammer von oben runterfallen, kann ich eine Energie unten auf dem Amboss beim Schmieden ausüben. Oder ich habe irgendwie ein Wasser, das oben in einem Stausee liegt und lasse das Wasser durch ein Rohr runterlaufen, schicke es auf eine Turbine, habe somit wieder eine Möglichkeit, elektrische Energie aus dieser potenziellen Energie zu machen. Genau wieder andersrum. Ich habe eine Pumpe, pumpe Wasser irgendwo hoch, kann somit aus einer elektrischen Energie auch wieder eine potenzielle Energie erzeugen. Wir haben also jetzt unsere elektrische Energie, chemische Energie, wir haben eine Wärmeenergie, wir haben eine Energie der Bewegung, kinetische Energie und eine Energie der Lage. Und da haben wir noch eine sechste Energie, die es auch noch gibt. Und das wäre die, ja, verrufene böse Energie, die Atomenergie, die wir halt nicht mehr wirklich nutzen aktuell. Aber in dem Fall hätten wir einfach eine Energie in einem radioaktiven Atom gespeichert. Diese Energie, diese Strahlung wird freigesetzt. Damit bringen wir zum Beispiel Wasser zum Dampfen, können den Dampf über eine Dampfturbine leiten und kriegen dann entsprechend vernünftig wieder elektrische Energie raus, wie bei einem Atomkraftwerk eben. So, wichtig jetzt nochmal zusammenzufassen. Also erstmal die Energieformen zur Vertiefung. Wir haben eine elektrische Energie, wir haben eine chemische Energie, wir haben eine Wärmeenergie, wir haben eine Energie der Bewegung, Energie der Lage und eine Atomenergie. Das wären die grundlegenden Energieformen. Was anderes gibt es, glaube ich, nicht. Und man kann immer nur, ganz, ganz wichtig, Energieerhaltungssatz von einer Energie in die andere umwandeln. In einem geschlossenen System ist es nicht möglich, Energie einfach zu erfinden. Geht nicht. Funktioniert nicht. Das Einzige, was man jetzt so ein bisschen beachten muss, es gibt schon ein System, auf das Energie einstrahlt und auf das Energie ausgewirkt wird und wo die Gesamtenergie einen Tick größer wird, das wäre die Erde. Wenn wir jetzt einfach mal die Erde betrachten, haben wir eine Energie außerhalb der Erde. Wir haben dieses geschlossene System Erde. Wir können hier bei uns auf unserem Planeten nicht wirklich Energie erzeugen. Wir haben aber praktischerweise, das weiß, glaube ich, jeder irgendwo entfernt, ein paar Kilometer weiter weg, ein paar Millionen, eine Energie, die uns zugesandt wird, und zwar die Sonne, die gibt uns Wärmeenergie und so weiter. Und damit können wir natürlich mit einer Solarzelle zum Beispiel aus dieser Sonnenenergie auch wieder elektrische Energie gewinnen. Da aber, wie gesagt, immer zu beachten, wenn wir das geschlossene System Galaxie betrachten oder Sternensystem, haben wir hier keine Energie, die erzeugt wird, weil die Sonne ja auch schon da ist. Also Energie wird immer nur von einer Energie in die andere umgewandelt und kann niemals erzeugt oder auch vernichtet werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Energieformen habt, wenn ihr da irgendwas Genaueres wissen wollt, haut einfach ein paar Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Danke.